Herzlich Willkommen zur neuen Woche hier bei der LS Exchange mit mir Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Es ist Montag, der 26. April 2021. Die letzte Woche im April hat bekommen und hält für uns auch wieder spannende Termine bereit und natürlich den Blick auf die Vorbörse. Was wir hier direkt tun möchten, zuvor der Hinweis mit dem Händler Daniel, werden wir kurz nach 11 Uhr über spannende Aktien sprechen und haben dann sicherlich auch schon die ersten Tendenzen parat, die uns der Aktienmarkt hier bietet. Denn vorbörsig bietet er noch gar nicht so viel an Impulsen. Wir stehen ungefähr auf dem Level, wo wir am Freitag aus dem letzten Wochenhandel gegangen sind und das sieht man hier in der Vorbörse 12.000, 15.289 so rum, weil die lange Zahl 15 Punkte Aufschlag zum Schlusskurs hier in der Nachbörse und zum Xetra Niveau ist das nahezu ein unveränderter Stand. Mittelfristig skizziert sich die Lage so, dass wir im großen Chartbild in der vergangenen Woche die Aufwärtstrendlinie getestet haben. Sie begann Ende Februar und hatte sogar zwei Auflagepunkte in der vergangenen Woche. Einmal direkt nach dem Wochenstart, der durchaus schwerwiegend und etwas anstrengend für die DAX-Bullen waren, denn hier galt es zu überlegen, ob der Trend bricht oder ob er beibehalten werden kann. Und dann hatten wir das Ganze noch einmal am Freitag auf etwas höherem Niveau bei der 15.150. Davon sind wir abgeprallt und nun sind wir übergeordnet im DAX-Bild, in der Seitwärtsrange, die begrenzt ist bei etwa 15.311 Punkten und auf der Unterseite rund 15.100 Punkten. Wohin geht der Ausbruch nun? Die Vorbörse lässt vermuten, dass es auf der Oberseite geschehen kann, doch so sah es am Freitagmorgen auch aus und wir wissen ja, dass es dann erst einmal 150 Punkte nach unten ging. Also da könnte durchaus auch heute wieder Volatilität im Vordergrund stehen. Ja, Volatilität gibt es vor allem bei den Autowerten. Wenn man sich die Meldung vom Wochenende genauer anschaut, so kam hier beispielsweise noch einmal der China-Boom bei Daimler zum Tragen. Da gab es einen Milliardengewinn und Umstrukturierung bei VW. Es geht um Traton, um die Tochter quasi, die hier ausgegliedert werden soll. Es geht um Personalien. Das sind alles Themen, die uns bewegen. Und es ist natürlich auch mit Blick auf die Quartalszahlen, die in dieser Woche kommen, unter anderem von Tesla. Sehr, sehr spannend, wie sich hier die Autobauer schlagen. Übergeordnet ist es sehr, sehr spannend, wie sich die Wirtschaft schlägt, denn die besteht natürlich nicht nur aus Autobauern, sondern sie besteht vor allem aus vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die Volkswirte sehen die Wirtschaft in den Startlöchern und heute ab 10 Uhr werden wir dann erfahren, ob der IFO-Index die aktuelle Lage des Geschäftsklimas in Deutschland ähnlich gut beurteilt und wie die Aussichten sind. Das steht aus Unternehmenssicht erst einmal an. Heute Morgen kamen schon die Zahlen von Philips, Atos Software. Es kommt die ING Group, Michelin kommt aus Frankreich und heute Abend nachbörsig die Tesla-Quartalszahlen. Ohne Zeitangabe gibt es noch die Bawag, NXP Semiconductors. Also sind einige Unternehmen, die Liste ist sehr, sehr lang. Insofern wollte ich sie nicht durchscrollen, sondern habe nur die Highlights hier aufbereitet. Und ich habe erwähnt es schon, der IFO-Geschäftsklima-Index steht heute im Fokus. 10 Uhr wird das der Fall sein. Die Folie muss ich nochmal updaten hier. Also 10 Uhr auf der Tonspur der IFO-Geschäftsklima-Index auf jeden Fall. Und am Nachmittag 14.30 Uhr die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter aus den USA, aus verschiedensten Sektoren. Und das sind so die Dinge, die uns heute Morgen beschäftigen zum Börsenstart. Insofern bleiben Sie gesund und engagiert und auch auf den anderen Kanälen vertreten, wie zum Beispiel Twitter, Facebook, Instagram, Deezer, Spotify, Apple Podcast. In diesem Sinne alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.